War ja klar der obere, ha 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 Gezett, Christian! Gezett! Endlich auf den Berg gekommen! Ne, dabei, jetzt bin ich in der Hauptstadt So, ähm Let's go, ich mach Big Bull, ich hab Bock Schön, dass du Bock hast, Hilfe! Geheiler nicht Ich hab Ziege Geht aber eine Glypfe Kann ja eigentlich nicht sein Du brauchst nicht alle, um äh, voll zu leveln Doch, du brauchst genau alle Also ich hab im Stream gehört, dass man nicht alle braucht Also ich hab alle eingesammelt von Handynotes Komplett alle und es ist keine übergeblieben Dem kann ich nur zustimmen Und, 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 und War der Pool grad schlimm? War okay Ich nicht War okay War okay, sagt er Ich meinte ja nur noch Mimifuls War okay, alles gut Ja, wie geht mehr? Ja Nein Nein Ich So, Luft nach oben Pulldown sind nachher da genutzt zu werden Beim Borsa nicht in Modgruppen Ja Also da kann sich beim Plus schon mal dran, äh, gewöhnen, dass es auch noch so sein wird Uuuuuh, Kürschnern Mal schauen Was ist das? Eindringlinge, die unsere Reichtümer wollen? Du wirst ja feststellen, unsere Reichtümer gefunden Wir graben hier unten schon ewig Ich kann's kaum klar denken Niemand bestehlt uns Zeit diesen Vollidioten eine Lektion zu erteilen Kann ich stunnen, kann zu stunnen Das können wir sie einfach Also hier, ihr kennt ja die normalen Fähigkeiten von den Bossen alle selbst Wir haben ja jetzt oft genug gehört den Dungeon Ich hab keine Ahnung was im Mythisch dazukommt, also überhaupt null Wer zieht denn die Fähigkeiten? Hauptsache nicht in den Flächen stehen, die da kommen, wenn die im Schiff sind Ja ich schätze mal, dass die hier auf dem Mythisch anschauen werden Macht bestimmt übelst Schaden So, dann Kampfer schon pull Drei Zwo Eins Ich habe einen Krächer voller Schwerter Und ich bin ein guter Werfer Nennt mich den Schädelbrecher Was heißt das nochmal? Einfach Garten Der wird dann richtig hochgepiekt Das String gibt es schon richtig strong was du da hast, ne? Mhm Der wird echt ab Das sieht mir jetzt ein bisschen schlecht Nein! Sind sie dran! Also das ist aber echt im Schaden einfach so drei Targets Zeit das Ding in Bewegung zu versetzen Genendet Die Lava ist neu oder? Jetzt schon gut, schon gut. Wir geben auf. Der könnte... Ich glaube, dieses kleine Gerangel hat mir doch tatsächlich geholfen, eine klare Kopfschmerzen. Oh, war klar, wieder nix. Hey, Benny, wo hast du die? Tatsächlich nicht. Oli, wo hast du die? Ja. Let drum rollen, oder? Was für welcher hast du? 306. Ich hab 336, nehm du. Okay. Gibt's die ja nie. Auch wenn tendenziell Oli fairer wäre. Ja, dann gibts Oli. Ne, das ist du die. Weil du das erste Rollen gewonnen hast. Ne, das wird ja nie geben. Ich will jetzt hier nicht umentscheiden, ich geb sie dir. Mach doch, was du möchtest. Ich halt sie im Inventar, zieh sie noch nicht angucken, was noch da droppt. Mach doch. Sind ja zwei Stunden handelbar. Nein, also nur weil er diese eine, ne, das Rollen verloren hatte. Geht mir nicht aushalten, dann. Können wir uns alle hier hinten hinter den Dings stellen, dass die alle zusammenkommen, bitte? Wir müssen euch schon hier hinter den Dings stellen, sonst hört der eine immer noch nicht auf euch. So, er kommt nicht. Okay, das scheint kein Sichtfeld zu sein hier an der Stelle. Hab ich's noch unnötig schwerer gemacht. Ich wollte es mal einfacher machen. Ich finde dein Engagement trotzdem bemerkenswert. Der All-Damager-Boss war gut, ne? Aber um All-Grafen über mich zu kommen, muss ich dir ein bisschen mehr konstant Mühe geben. Was ist denn das jetzt hier für Fronts? Wir sind noch eine Gruppe, oder nicht? Ah. Reiling, passt du mal lieber auf, dass du nicht so viel Schaden kriegst, anstatt nur aufs Damage-Meter zu gucken? Weißer, lass mir jetzt hier, ey, ich bin halt Nahkämpfer, ich muss hier raus aus solchen Dingen laufen. Weißt du, ich hab mich gerade vereinget, dass du hier die Füße bekommen, sie werf halt mir alle rücken. Ja, ne, ist klar. Die Füße habe ich ja auch noch nicht einbezogen, ne? Ja, ich bin auch noch nicht einbezogen, wenn du euch besser hochheilen kannst. So, wir machen hier auf jeden Fall das Totem. Da wird der Gestalt von, oder? Ja, klar. Und wenn die Mobs jetzt kommen, kurz warten mit dem mitzumachen. Da raus. Wir werden nicht einfach zusammen, dann springen wir nämlich nicht drum. Totem machen. Okay, das scheint Aoe-Sharp zu machen, das muss schnell fallen, weil wir sonst hier dumm wahrscheinlich Schaden geben können. So, dann gibt ihm. Vorsicht. Das wird euch jetzt gleich tun. Totem, Totem, Totem. Totem, Totem. Der Pokerfeld, der Boss. Ich finds gut, dass ich dir gar nicht sagen muss, was wir so Scheppen machen, seit euch. Mann, mir röhnt die anderen alles, ne? Er is ja flexibel. den hätte ich genommen und Bei Türs mächtigem Bart! Noch eine verschlossene Tür! Überlässt das mir! Ah, das sind die drei, die der erste Boss fangen in die Tür öffnen. Die haben ja nicht aufgefallen. Ja doch, irgendwann hätte immer Olaf gewöhnt stehen oder so ein armen Problem. Das ist mir aufgefallen. Und hier kann man wirklich den Boss jetzt dann nehmen, wenn man den durch die Felder steht. Ich probiere das mal aus. Hab ich irgendwie mitgekriegt bei einem Streamer. Bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, ich kann euch wie gesagt für eine weitere Mechanik nichts sagen. Wir machen wirklich keinen Kampfforschung oder kein H. Wir nehmen den nämlich auch für den nächsten Boss. Ich pull den 3, 2, 1, aus. Hütter Türs Geheimnisse werden beschützt! Hütter Türs Geheimnisse werden beschützt! So, wir können den hier durch. Jetzt ist er natürlich... Hat das funktioniert? Boah, der hat mich platt gemacht. Du hast da nicht Enrage gegangen dadurch? Nee, der hat da vor Enrage gegangen. Wir werden keinen Schritt weiter gehen! Ich heb dich auch, Oli. Wie immer. Danke. Wow. Dank, machst du den? Wir haben einen Schaden, wegen dem Debuff. Richtig böse. Der richtig wehtut. Wir werden noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns so gleich mal durchlesen. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch noch. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch noch. Ja, das ist für Ermächtigung. Beim reichen Personalenergie wird Kall Drax unaufhaltbar und im Mund gegen alle Kontrollverlusteffekte. Außerdem wird ihr verursachter Schaden bis Sekunden lang um 50% erhöht. Bleibt genau da stehen! Marco, ihr solltet sie nicht stunnen, Jani. Ja, aber ich hab die nie gestunt. Ich dachte, er wird gestunt durch diese Stunt. Flächen. So, hab ich überstanden. Der ist ja nie gestunt. Ich hab gedacht, dass er so ist, aber ich hab sie durch drei Stück durchgezogen. Ja, auf jeden Fall darf sie nicht gestunt werden. Aber du kriegst ja nicht gestunt. Du kriegst mich gar nicht hoch, oh. Nee, gar nicht. Die ist zweimal gestunt gewesen, weil die beiden Bühler stacks durch irgendwas auf jeden Fall. Nee, ich sterb jetzt auch. Das macht sie 10% mehr Schaden. Oh, die ist das schon mal eh, nur Schaden die macht. Vielleicht geht's wieder in Rage. Was mach ich dann? Überleben! Geflitze Sekunden. Und sie hätten noch einen Stunt durch irgendwas bekommen. Komm, man macht jetzt auch noch mal KfW-Ponoschaden. Siehst du, ich hab aber nichts gemacht. Ey, ich sag doch nicht, dass du das warst. Ich sag nur, dass wir die nicht stunden dürfen. Ich hab ja... das war auch nur ein verzweifeltes... Das war kein Vorwurf an die... Bleib genau da stehen! Ich hab' ich anders verstanden. Ich hab' ich anders verstanden. Ich hab' auch anders verstanden. Gehören allen! Hab' ich auch aus der Bühne? Ja, cool. Ich hab' die Schuhe jetzt. Das ist ja großzügig. Das ist ja großzügig. Nee, nix. Schuhe wären gut. Na schade, hat nicht funktioniert. Dankeschön. Gerne. Man muss ja ans Team denken, ne? Man ist ja nicht Einzelspieler. Also bei den nächsten... Nee, aber ist ja kein anderer Stoff hier da, von der SMS-Latte. Bei beiden kommenden Bossen kann nur was dropen, was ich schon habe. Vielleicht habt ihr noch mal Glück. Okay, man. Der Rian, der hat den Silent Gear Store pushhled, ich hab' jetzt 354. Alter. Auf alles. Auf alles über 100 mehr. Was tut Aua? Ich bin mit Häufchen in so einer Fläche. Aua, 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 Mama Mia! Da kommt der Nix zu. Ich habe extra meinen Gelassenheit unterbrochen, wollte ich noch halten. Aua. Da können wir also wirklich Midis in den... Ich bin hier so benachscht in so einer Phase. Die waren so viel Midis in dieser Kacke. Ja, muss ich auch, oder? Dann noch mal Fläche und so. Was willst du tun? Ich nehme echt verhalten den Sieg in die Allianz mit. Könntest du mit HT machen, oder? Ja. Dieses Trash-Talk-Thema jedes Mal und das nervt langsam. Spaß nicht. Die hypnotisieren, wie er da seine Blätter schweben lässt. Oh. Ich hab die Glühfe gefunden, die mir fehlt. An der Brack. Gefälle Höhle. Ja, super. Ja. Haha, was war das? War das ein Niesen, Wendy? Oh, was ist ein Sterben. Was ist ein Sterben? Was ist ein Sterben? Es ist weggeflogen. Was ist weggetreten? Was ist weggetreten? Was ist weggetreten? Was ist weggetreten? ähm, halte ich mich aber so viel weniger, das ist unfassbar zusammenstellen, dann schwingen die nicht so weit um flugmäuse also So auch hier wisst ihr die Fähigkeiten noch. Vielleicht können wir den diesmal auch wegbörsten. Ich denke nicht. So Sidney, Herr Oma? Ja, würde ich sagen. Was machen? Kampf rausch? Ja. Ganz dünnes Eis. Cool in 3, 2, 1. Aktiviere zusätzliche Verteidigungsmaßnahmen. Ziel entfasst. Damit einfach auseinandergegen. Ich glaube das hinterlässt Flächen. Vielleicht ist das nicht okay. Oh, voll burst. Wie viele Schatten haben wir doch? Das er 100% hat. Von der Energieleisten meine ich. Vielleicht der Todesbehörungenbereich. Ja, das war ein bisschen. Oh shit. Ach, du seid jetzt der letzte denn? Alter, es sind so viele. In die Moon. Ja, das auch. Jetzt geht's. Vielleicht hätte man sein Feuer anschießen oder wie war das? Das war nicht. Noch niemals. Das gibt es. Alles gut. Uff. Ja, wo? Ich bin immer der Erste, der stirbt. Das ist der Knaller. Der Heiler, der Erste, der drauf geht. Wenn die halt die Jungen am Leben. Wenn die halt die Jungen am Leben heiligt. Und macht er zu werden. Ich bin immer ein Lutschkiesel. Ah, 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 ah. Ja, Feuer. Ah, irgendwann kommt's halt. Da schafft er immer. Kommt. Geht mehr. Markiert. Einfach. Alles versuchen aufzusehen, das geht. Aber warum hat der jetzt die Phase beendet? Der Mob bei mir war noch am Leben. Der Wunderfahrend des Systems steht Wurf. Soll ich wieder überleben, oder? Naja, musst du. Ne. Lass mal sein. Wen davon muss ich jetzt wieder überleben? Beide. Sie sind alle. Ich schläge den Heiler, du. Was auch immer hier sucht. Hallo? Der ist wichtiger auf jeden Fall, ja. Ich wusste nicht, ob mein Geist, der ahnt, ob ich da mehrere hintereinander machen kann oder nicht. Ja. Das geht. Hat ein paar Cooldown. Der ist ja gut, dass er mich gewählt hat. Ja, damit du mich retten kannst. Und jetzt. Ja, wie ist er in Lootenpehen? Äh, Olli. Gibt es eben? Gibt es eben? Gibt es ja gar nicht. Jo. Diese Freude immer. Ja, ich hab halt noch teilweise Sachen mit 286. ja ist das doch gut ja aber deine freude hört man halt nicht du hast mit am meisten abgesahnt heute wobei Janik hat jetzt auch richtig gut abgesahnt alles gekürzt habe ich ihn nicht mit den Soßen gegeben Olli ist hier der Lacker ja aber ist auch gut natürlich wenn Heiler und Gears geht gut 3,45 jetzt toll sie ist morgen bei der Gefilzberger Asis wenn ich wusste ich war noch nicht da was nur wenn es wirklich schlimm wird generell habe ich schon benutzt Dankeschön jetzt kannst du den Abdampf machen naja lieben gerne Abdampf wenn ich den auch wieder mieten die A-Sozial naja anders nicht mal chill Tom ach der zieht sich zu na mit auch nix merkt man ich den Stringet gezogen hab das ist echt geil das Stringet mit elisischen Impuls zusammen was mach ich? mit elisischen Impuls zusammen das Stringet das ist kein Stringet naja lass es nicht Impuls das ist die Packfähigkeit ja ich hab ja ich hab ne ne mit äh die Jagd weil ich seh grad der elisische Lass macht ja mehr scheinbar als der kann jetzt dann weil sollst du es darauf benutzen das lohnt sich aber nur wenn auch noch mal guter ja klar mein ich ja weil ich nicht weiß die Jagd gibt ja auch Debuffs auf die Gegner an ne ja ob die auch durch die Beweglichkeiten oder höher sein werden ich versuche mal links hier dran entlang zu sneaken oh noch hat keiner gepullt und und im im sind jr 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 Earth and War. Earth of Stone. Earth of Stone. Zinn, lauf mal direkt durch die Tür wenn wir die jetzt angreifen. Okay. Ich hab schon jemanden geopfert um noch die Wände zu triggern. Toll. Wenn die Buchfrau sich vorhaben. Die Lucht gehört nicht zu. Ich wollte ein bisschen Dramatik reinbringen, wenn er denkt, sein Job ist nicht. Ich hab dich jetzt schon sterben sehen. Was sagst du? Ich meine Benni, der hat mich schon verstanden. Wir machen den Runden da noch mit und dann machen wir den ganzen Raum. Oh. 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 Sorry. Sorry. Ich hab meinen Schraublad nicht so schnell gefunden. My bad. Sorry. Okay. Oh. Ich hab das hier auf dem noch nicht gebeinert. Ich hab den nicht so sehr damagen können auch. Was? Ich hab den auch nicht so sehr damagen können. Ich hab gesehen, dass du den noch nicht angetankt hast. Ok. Oh,Momo. Ich hab ihm 이거 drauf benet. Ich kann euch schon kurz mal sagen, ihr kennt ja diese Flächen die er hinterlegt oder? er macht einen spell der nennt sich zeit umkehren oder sowas wenn er den macht dann verschwinden die mit der zeit diese sphären aber da kann man sich in der zeit reinstellen die machen dann keinen schaden mehr und erhöhen unser tempo ich glaube um 50 prozent aber erst wenn du dieses spell macht genau ich sag das dann an also stellen wir uns quasi immer in die nähe dass wir so schnell wie möglich reingehen können und nicht erst noch zwei meter laufen müssen aber nicht drin stehen halt soll ich mach ganzen raum holen das hat spaß gemacht ich kann sagen die zahl hat mir doch gefallen kollege ich hätte instant danach meine jagd machen müssen als ich noch einen hohen stick von dem trinket aber die roter kann man auch richtig gut anfassen wie der zu jetzt und die halt die am leben halt die am leben das ist der knaller gelassenheit halt mich nicht genug hoch aber klar ob doch ihr lebt noch auch wieder beim endboss könnte ich einem euch vielleicht den kopf geben um 30 zu mal nur wieder kampf auf ja wir waren das jetzt auch noch im hopp ich hab da meine lampfen auch mal aufgefüllt hopp würde ich nehmen ja aber kopf könnte ich auch traden ich würde da sonst nix nehmen ich weiß nicht was da sonst noch truppt ich weiß nicht was da sonst noch truppt ich weiß nicht was ich gebrauchen kann ich weiß eigentlich kann die da sonst nur positiv Olli auffallen die Scheibe ist jetzt verloren in der zeit Stab, Kopf und Schmuck oh warte warte stopp du droppen ich holen heute spezialisierung äh Nibel Wicker ach so oh ja stimmt Olli den Stab train hat er mir droppt ja oder Sydney oder Sydney oh sogar ein Trinket kann droppen das wärs gut für Sydney ja gut für den welcher DD spielen will nee das ist ein Highlight Trinket das kann nicht für Sydney sein so Tempo ihr zeugt einen Rist der Zeitraubt und eurem zukünftigen ich macht und 15 Sekunden lang 2900 Intelligenz ergibt ach so also gut ok ähm sowohl DD als auch weiter ja wir probieren es einfach aus würde ich sagen also ich sag an dann stellen wir uns in die Flächen rein 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 9 10 11 11 11 11 11 12 12 11 11 12 12 12 13 Nr. 8 Dipsy oder Heile noch mit? Er macht das gleich noch mal? Jetzt? Wartet noch oder? So und jetzt den Kopf für Oli lohen. Sie sind beeindruckend, aber vergebens. Die Zeidungen vereinen sich. Es wird nur einen Aspekt geben. Und moosam wird ewig sein. Soll. Und du kannst dich nicht trainen, das ist sehr ärgerlich. Ne. Eine Trainingsmatrix. Ja, die habe ich auch diesmal. Das ist zum Herstellen, ne? Ja. Ja, so. Das heißt, Benni hat jetzt alle Dungeons durch, ne? Mhm.